hallo zu einer neuen folge mit vorne mit konkurren ja bei mir auch herzlich willkommen zu vorne mit schuld und ja ich habe eine neue klasse ist schon einmal gespielt gehabt kurz aber nicht in der aufnahme und zwar den ersten und ich habe es den plünderer und es ist eine andere ausgebildet los er zu sehr auf zu c oder lauf zu sehen ja gut die karte kennen wir sie noch nicht das ist wie das macht er liegt irgendwas er wird genauso aufgebaut sein wie die andere und jetzt direkt runter oder was kann ich hier machen komm schau mal bei B was da geht ach ich kann nicht das Tor zu machen oder nicht ey wo bist du ich habe keine Ahnung wo du bist ach so ist die Karte die sind alle unten die sind alle unten ich versuch zu A zu rennen ja ich lauf mal hinter dir ja weil die waren alle bei B ja wieso rollst du die ganze Zeit keine Ahnung wow wie bin ich eigentlich schneller als du bist weil du die blöderer bist wahrscheinlich eine Nummer kleiner ne ich bin eigentlich eine Nummer größer was ist denn hier der kann man das Tor zu machen also es ist ja unpraktisch wenn wir uns selber das Tor versperren oh jawoll C gehört uns aber ich glaube man kann es nur kurzfristig zu machen ich mach hier mal ein bisschen Achtung Achtung oh man jetzt die haben mir Falle gestellt so eine C eingenommen dann mal ein bisschen zurück und rennt zu C ich bin gleich tot ich bin tot ich halte mich schnell ich bin tot aber du liegst direkt unter mir warte kurz da ist dann wenn die nochmal weg gehen würden wenn man angegriffen wird fühlt man aus da das ist sehr das sind drei Leute grad bei dir ja ne lass es einfach ich grüß wollen einfach jetzt lauf weg ich bin neu gespawnt lauf zu C oh nein ich kämpfe wieder gegen 3 die sind A die sind auch so gut die bleiben auch beieinander ja ja Alter der fällt nicht so schnell ausdauer der Typ das ist der Wahnsinn ich muss wieder zu C hochschnell im Leben zu tanken ach C gehört uns gar nicht uns ja wir plackern die ey der nühe wichser ja wir plackern die der hat so ne scheine irgendeine Fähigkeit hat er gemacht dass es mich auf den Boden haut und der hat dann vom boh der kann einfach auf mich draufhauen wenn ich am Boden lieg kanns mich wieder übernehmen ha das geht grad komm da sind zwei drei Leute von uns sind dort die die alle drei auf ihn draufhauen oder komm schon ich mach ihn grad Platz so jawoll sehr schön Alter aber wir haben ja unbedingt wir verlieren wieder so hardcore man unbedingt wieder was auf zu A irgendwie versuch mal ein bisschen B zu machen hier die kleinen Mistpiecher aufräumen die kleinen Mistpiecher aufräumen ja klar es kann auf ich lieg auf dem Boden Exekution sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön wir haben eingenommen komm jetzt auf zu A oder ja ja ich glaube B müssen wir einfach auch hin und wieder zu machen die kleinen auch weghauen und so es hilft einfach nichts wenn wir A und C machen das bringt einfach überhaupt nichts warte kurz geh mal vorbei wie kann ich jetzt die Spezialfähigkeit einsetzen? zwei wie mach ich das? kann zwei? ich verstehe das überhaupt nicht bei B bei B bei B bei B bei B bei B Alter willst du mich verarschen? oh sorry ahah das geht einfach mal gar nicht ich bin einfach nicht mehr in den Kampfmodus wenn man angegriffen wird kann man irgendwie nicht mehr in den Kampfmodus zurück bist du mir bist du irgendwie in der Nähe oder so oder? wo bist du da gewesen? ich habe keine Ahnung wo du gewesen bist ja bei C bei A bin ich da unten kurz vor B bin ich eigentlich ja zwischen A und B ja ich seh's schon bleib mal liegen ich versuch's mal ach du was ganz hinten bei deren Spawn bist du das Wahnsinns ja ich war eigentlich nur 10 Meter von dir entfernt du bist dann irgendwie weglaufen oh nein ich war gerade dabei dir ja ich hast du jetzt vorgespult oder was? ne die Zeit ist abgelaufen ich war einen Meter vor dir wie sagen die schon 1000 man? Zone A eingenommen wir haben dir das gemacht Zone C eingenommen und wie kann ich jetzt eigentlich meine Spezialfähigkeit einsetzen? 1, 2, 3 oder 4 drücken ja ich weiß ich habe vorhin schon gemacht aber es ging nicht ja nein ja genau die sind schneller als ich oder was? komm zu C hoch ich komm zu C hoch wir sind zwei Gegner ich komm zu C hoch wir sind zwei Gegner da geh halt aus diesen Kampfmodus raus da geh halt aus diesen Kampfmodus raus so ich versuch mal bei B ein bisschen aufzuräumen ja ich brauche jetzt die Hilfe ich brauche jetzt die Hilfe ich brauche jetzt die Hilfe ja die müssen ein bisschen weg weil das hilft einfach nichts wie haben die eigentlich wie kommen die auf 1200 Punkten in der Zeit wo wir 600 haben ich muss weg ich muss weg komm komm zurück 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 ich bin noch fast tot ich muss zu C mich heilen ja ich komm mit Alter Alter das ist Alter das ist unmöglich das ist also die Runde macht mich grad richtig aggressiv weil es nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte ja du musst mich wiederbeleben ich kann nicht früh spawnen ah ja ok ich werd grad wiederbelebt ah du wirst schon wiederbekommen komm auf zur A bei B und C haben wir schon boah ey B verloren Mist achte hin dort ey was ich komm zu Hilfe hab ihn komm schon bist auch jetzt nicht überleben der derste überlebt fresse ich ein Wesen man AAH oh man jetzt überlebt das echt mal verpüsst dich Alter ihr diese scheiß KIs ja die das ist echt ja die das ist echt ja die das lauf ich durch meine eigene die haben aber auch so viele KIs das hält mir nicht räumen wir die ganze Zeit auf ne das ist doch der Wahnsinn das ist so ein schwerer Typ und das schlägt so extrem schnell zu das ist doch nicht sein Ernst ich werd gleich von der KI gekillt man die Karte mag ich rot ich kann's dir gleich sagen die Karte mag ich rot keine Hausdauer nichts also da weil der Karte darf man einfach nicht durch die Mitte durchlaufen das ist Todesurteil bei mir und der ist irgendwie auf K oder was macht der denn ja wir haben verloren hm ja keine Chance dass man das irgendwie ansatzweise noch oh man ach das war jetzt eine nervige Runde ganz ehrlich das da brauche ich nicht ja die war ein bisschen die war ein bisschen kacke oh Gott na gut ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen auch wenn es für mich eine ziemlich nervige Runde jetzt mal eigentlich ja ich bedanke mich auch mal fürs Zuschauen und ähm dann bis zur nächsten Folge Ciao Ciao